Jo, dann starten wir auch gleich wieder durch, zum nächsten Game, Matcha Hellbock oder so, eigentlich ist das einfach frottig, ich weiß ja gar nicht mehr das Wort für den Hellbock. Okay, Matcha Hellbock, ich mach einfach mal. Und, ähm, ich probiere mal die Galerie, ob wir hier irgendwo ein Kurzdatum finden, verhalten oder so. Äh, ob da war was Gutes, ah je. Alles klar, da ist nichts zu finden. Ähm, wir haben die Spielstellung, checken. Links, rechts haben wir, äh, 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 äh. Der Taste springen, feuern, war das gleichzeitig? Schild X. Okay, das war auch so schön. So, ich lasse uns einfach so, wir spielen. Starten wir das Ding einfach mal. Okay. Hä? Okay. Okay. Wir wollen die Vollplattform, okay. Hä, was ist das? Was muss ich machen? Was muss ich machen? X? Ah, schuldschuld, okay. Ach, da hat's ein... Ah, nein! Hopp, hopp. Oh. Okay. Die Figur ist schon lustig, eh. Warte, ich mach's in die Richtung. Hey, ho. Hoch, hoch, hoch. Okay. Okay. Entschuldigung Ich finde das gar nicht schlecht gemacht. Und... Okay. Und dann... Hopp, hopp. Nein, 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 nein. Oh, halt zu weit. Oh, wieder gegen die Wand gelaufen. Nein, 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 nein. Oh, Skelett. Ich kruppiere ein. Nein. Okay, aber das ist schon mal nicht ganz schlecht. Also ich fand das schon nicht... Das war ja schon ganz nett, eigentlich. Nett gemacht schon mal. Ein bisschen durch den Bett rauf fliegen und dann eben halt noch so kleine Base-Missionen. Okay, kann man machen. Alles klar. Gut. Einen kleinen Roboter, was das darstellen soll. So ganz niedlich gemacht. Das fand ich jetzt nicht ganz schlecht. Also die Grafik hat mir gereicht. Zum Spielen erfüllt das alles eigentlich. Ja, okay. Plastik. Auch nicht ganz schlecht. Auch nicht ganz so lubig. Also wir wollten mal gucken, welches hier was ist. Steht hier nicht, ne? Hier auch nur ein xxxx3. Das ist eine römische Zahl vielleicht. Oder so. Steht leider nicht. Aus welchem Jahr das ist. Kommt das irgendwie hier vielleicht nochmal ein Copyright oder so. Aber es muss schon nicht immer auch so eher Mitte der 80er sein. Weil es war schon gar nicht so schlecht gemachtes Spiel. Das sah schon ganz nett aus. Aber es sieht hier leider... Okay, das Copyright ist hier bla bla bla. Das steht hier nicht. Das ist wirklich wahr. Okay. Leider nicht. Okay. Ja, da bin ich raus. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Soll ich hier diese Abspann länger laufen lassen? Und wenn man so Informationen hat über das Spiel und so. Ne, ne? Oder? Hm. Das haben wir schon gesehen alles. Okay. Ich bin raus. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ciao. Ciao.